Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turok, Dinosaur Hunter. Jawohl, äh, ja, wir suchen noch nach mehr Schlüsselsteinchens und zwar, warte mal, wo war das, äh, Schlüssele? Hier fehlt uns einer und, äh, ja, dann dürfen wir auch schon weiter, ne? Ähm, ja, ich hab wieder ein bisschen geschummelt und, ähm, hab mir angeschaut, ja, genau, der war auch wichtig mal einzusetzen, ähm, hab mir ein bisschen nachgeschaut, wo der sein könnte. Ja, ich würd sagen, ich speichere das nochmal ganz kurz, ähm, beziehungsweise, ich lade einmal kurz, ich glaube, wir haben einen Spielstand in der Nähe, ich probier's einfach mal. Und zwar in den Ruinen, ähm, warte, ich probier einfach mal den da. Mal schauen, wo wir da landen. Okay, nicht unbedingt da, wo ich's wollte. Warte mal, ich lade nochmal. Vielleicht ist der hier besser, der ist nur ein paar Minuten nach hinten verrutscht. Ja, genau den Spielstand wollte ich haben. Jetzt ist die Frage, wie viele Schlüsselchen haben wir denn? Sehr gut, sehr, sehr gut. Wir haben sie alle beisammen, bis auf den einen, der uns sowieso fehlt. Genau da wollte ich nämlich hin. Äh, na, Entschuldigung. Genau da wollte ich hin. Also, ähm, wie beschreibe ich das jetzt? Wie wir hierher gelangt sind. Und zwar, ähm, ich glaub, da wäre eine Karte vielleicht nicht schlecht. Kann man das so irgendwie sehen? Man kann nicht raufscrollen gemütlich, ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn man das Gebiet hier betritt, ne, bin ich ja zwei Parts lang oder ein Part lang immer liebend gern Richtung links gelaufen. Und, äh, wenn man mehr nach links läuft, ich hoffe, man sieht das so irgendwie, ne? Äh, gab es da vorne ja eine Blockade mit so einem, ähm, ja, einheimischen Schaman, würde ich mal sagen, der sehr gerne mit gelben, äh, Energiebällen da herumschließt. Wenn man den besiegt hat, öffnet sich hier, öffnet sich da oben diese pinke Tür. Also, diese, das Tor, wie soll man sagen, diese Holzbarrikade. Äh, und da muss man einfach hier, seht's, geradeaus ein Stück laufen und dann waren wir schon hier. Und genau da geht's weiter bei diesem Speicherpunkt. So, die Karte mach ich aus. Ähm, jetzt ist die Frage. Okay, es ist hier, guck, es soll hier ein unsichtbarer Pfad sein, das sieht man ihn. Ähm, so. Man kann sich da übrigens eine Waffe holen. So. Ich hab mir das alles erschummelt, ich weiß. Es tut mir sehr leid, aber ich habe keinen Ausweg mehr gewusst. Und ich bin so verunsichert gewesen, da es eben hier bei diesem pinken Teil keinen Weg oder so gab. Ich hätte hüpfen können, freilich, ne. Äh, ja, ich war einfach, ja, ich war verwirrt. So. So. Einfach hier nachlaufen. Dann kriegt man eine Waffe. Und ich spiele ja Turok eigentlich total falsch, ne. Also da bin ich mittlerweile ja auch schon drauf gekommen. Da gibt's Leute, alter Schwede, die schaffen dieses Level hier, glaube ich, so um die 10 Minuten. Ich brauch 20 Parts dafür. Ja, Zock ist spezial. Ah, ich glaub, wir sind schon fast da. Fast. Da. So. 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 Darüber nochmal. Nochmal darüber. Und so. Und hüüüüpf. Da. Haben wir einen Granatenwerfer. Zwar noch einen, wir haben ja schon einen, aus Bastia. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Darauf. Ui. Ach so. Wusch. Das Leben nehmen wir natürlich mit. Wusch, wusch. Da, 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 da. Das ist gesundheitshaft. Äh, die Lebensmittel ist aber so. Die Gesundheitspunkte. So. Ich kann, ich, Idiot, darf auch einiges ausweichen. Wah. Einiges ausweichen, wollte ich gerade sagen. Ich wollte schon, ob die Waffe noch geht. So. So. Nehmt. Nein. Wir dürfen da einiges ausweichen. Und ich werde das auch gleich speichern. Warte. Ja, bitte. Das war jetzt der Spielstand hier, ne? Dann werden wir das da drauf speichern. Und dann soll es hier, puh. Warte mal. War das der hier? Ja, natürlich fall ich runter. War das jetzt dasselbe oder war das jetzt ein anderer Weg? Warte mal ganz kurz. Ich muss kurz schauen. Das Video ging so schnell. Ich bin da fast. Mit, guck mal. Hallo, hallo. Ich muss da rüber. Au. Ich muss da rüber. Hallo. Geht ihr mit? Sieh ja. Gratla, du Schiefer. Hau mal direkt weg. Oh, okay. Ach so. Aha. Und jetzt, glaube ich, mit Anlauf. Hoereka. So, ja. Genau. Da waren wir sogar schon. Von da sind wir, glaube ich, mal hergekommen. Müssen aber da weiter. So. Dann Hoereka. Hier rüber. Die haben wir auch schon geplättet. Und da hin. So. Ich habe mich verhüpft. Dann hätte ich nicht da rauf müssen. Ich habe mich verhüpft. Das ist ein schönes Deutsch. Dann da runter. Den da müssen wir auch kaputt hauen. So, wenn es irgendwie möglich ist. Ich gebe dir jetzt bald mal. Geht ja. Keinmal so schlecht gelaufen. Da ist nichts versteckt. Doch, Schachtelpatron. Das war ich, glaube ich, vom Gegner. So. Dann dürfen wir hier weiter. Durchs Portal. Ich bin bald hin. Sehe ich gerade. Super, Zocki. Dann. Ja, ja. Das stimmt schon mal. Dann soll es mir irgendwie möglich sein. Hoereka. Jawohl. Nicht so zu hüpfen. Das hätte anders laufen sollen. Aber macht ja nichts. Ich sollte vielleicht mal die Waffe wechseln. Äh, dann dazu. So. Der eine Typ hat da ganz viel mit der Pistole gemacht. Geht eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vor allem, ähm, später soll das, äh, wirklich wichtig sein, dass man viel mit der Pistole macht. Und hier ist halt so ein fieses Labyrinth. Au. Ah, der ist hin. Gut. Patrönchen brauchen wir nicht. Ja, das geht echt. Das geht echt. Okay. Ja, wie gesagt, ich... Au. Ich, äh, kannte mich bisher nicht so echt aus mit der Turok-Thematik. Tut mir sehr leid dafür. Und ich werde wahrscheinlich sterben. Ah ja. Ist ja nichts Neues. Mal echt so... Warte. Ich versuche mich immer. Schon lange nicht mehr gespielt. Schon jetzt eine Zeit her. Ich muss mich auch entschuldigen dafür, dass es... Dass es so lange... Granaten sind... Dass es so lange kein Bart gab. Es tut mir sehr, sehr leid. Ähm, ja. Ihr wisst ja Bescheid. Privatleben und so. Fühne nü nü nü. Das ist halt der Nachteil, wenn man solche herrlichen Dinge wie das hier... Ähm... Ja, muss ich sagen. Wenn man sich nicht zu 100% auf das hier fällt, äh... Ja, konzentrieren kann, wollte ich sagen. Ah, jetzt bin ich da beim Eingang wieder. Entschuldigung. So. Ja, da verwirrt man sich halt leicht mal selber, ne? War ich denn hier schon Herrschaftszeiten? Weil... Nein. Da nicht. Muss man auch mit... Oh. Gratla. Opa. Na nü. Ah, da so. Halt. Hä? Da, jetzt an. Das geht recht gut. Ich hab mir da so ein paar Tipps mal angeschaut. Ein bisschen kann man sich verstecken und dann kann man da eigentlich mit der Pistole... Dohle. Recht gut. Ballern. Schau dir das mal an. Das geht echt gut. Pistole. Unser guter Freund. Oha. Stimmt. Da... Entschuldigung. Entschuldigung. Wo haben wir denn unseren Granatenbewerfer? Habe ich den jetzt so gut erwischt? Der wird echt so gut erwischt? Wow. Nicht schlecht. Wow. Okay. Ja, der ist etwas buggy. Der ist an einem Lufttod gestorben. Nichts Ernstes. So. Das soll so stimmen. Dann müssen wir hier lang. Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen aufgeschmissen. Das tut mir wahnsinnig leid, dass ich das Spiel... nicht super toll spiele tue. Ich wollte nur mal nachschauen, was das hier eben täte tut. Ich brauche besser, glaube ich. Das lebt nämlich gerne mit. Ah, ich bleibe gleich. Achso, man war hier nicht. Okay. Ich wollte nur mal schauen, weil dieses Ding hat mir richtig gesagt gehabt. Ja, ja. Macht sich nun fertig. Das ist mit Durchrennen geht gar nicht mal so schlecht. Ehrlich gesagt. Das ist auch noch ein Herz. Herz, sag ich. Leben. Jetzt ist die Frage. Wow. Au, 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 au. Ob ich hier richtig bin? Ja, es schaut nicht so schlecht aus. Hier war kein Leben. Hier haben wir was. Mission und Teile für Zusatzleben. Wah, ah, ah. Oh ja. Das schaut schon gut aus. Ähm. Au, au, au. Ist er hin? Jo, er ist hin. Wie habe ich das jetzt... Wow. Wie habe ich denn das geschafft? Au. Ich bin gerade begeistert. Hüpfen. Wir haben den Rucksack, haben wir schon. Okay. Käfer, du nervst. Au. Schade ist an. Au, 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 au. Die habe ich vergessen. Entschuldigung, die habe ich vergessen. Pass. Den Rucksack kann man nicht mehr mitnehmen. Da haben wir ihn. Da haben wir schon einen. Hier war nichts zum Heilen. Oh Gottchen. So. Stimmt. Dann die Treppen hoch. Die kann man eigentlich recht gut ausweichen. Der eine hat es mir super hinbekommen. Ja, und da vorne schon das Zmenti. Oh Gottchen. Wah, wah. Okay. Die ist neu. 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 Äh, ja. Äh, ups. Jetzt muss ich es nochmal machen, ne? Ah, Control-Bucht. Sollen wir den einen opfern? Ich opfer einfach mal. Ich opfer das jetzt einfach mal. Es ist die Frage, ob wir das schon geschafft haben. Eigentlich schon, ne? Wir haben den Schlüssel. Ne? Rucksack. Ja, Rucksack. Einfach so ein bisschen hin und her. Das sollte schon passen. Ja, der hat etwas verloren. Mit dem Zündchen. Wow. 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 Ich glaube, das ist nicht richtig gewascht dafür. Na, das gibt es ja nicht. Ich mache es nochmal. Warte, das will ich so nicht machen. Warte. Ja, ich sage, ich bin der volle Profi. Oh, scheiße. Das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Passt mir nicht. Ich will nicht so... Nanu, komm mal weg. Ich will nicht so viel Leben verschwenden. Das tut mir sehr, sehr leid. Ja, ich bin halt leider kein Turok-Profi. Da gibt es ja echt... Da gibt es ja die übelsten Runs, ey. Wenn ich das mal so sagen darf. Also jetzt im positiven Sinne, ne? Da gibt es ja wirklich krasse Profis, die auch solche Sprünge wie den hier geschafft hätten. Wow. Das war knapp. Ja, das war knapp. Jawohl. So. Oh, ruck da. So. Das war jetzt ein bisschen besser, ne? Ui. Schaut, ist mir nicht sogar das geschafft. Ist wurscht, ich sammle das gerne ein. Oh, wenn ich hier vorbei... Oh, wohl. Noch geht. Alles gut. Ah, ja. Granaten von der Werfer. Oh, das passt. Man merkt schon, glaube ich, dass ich leicht spiele, ne? Oder so, oder mittel. Was habe ich gewählt? Mittel, ne? Weiß nicht einmal mehr. Super Zocki. So, wo sind denn Pistole da? Au. Passt. Okay, da sind wir voll. Langsam. Okay, da war niemand. Schusch, schusch. Drei und vier. Und passt. Wo war ich? Wah! Ich Idiot. Entschuldigung. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. Ah. Na. Zurück. So. Nicht zu hastig, Jacqueline. Sonst konzt du wieder. Zu Marschen. Okay, das an. Geht ja. Das war aber nicht so geplant. Ehrlich gesagt. Ah, ja. Das hätte sich selber sprengen können, der droht. So geht's auch. Wusch, wusch, wusch. Bin ich da jetzt? Bin da eigentlich jetzt schon richtig, ne? Wo war er jetzt? Was? Da bin ich verkehrt, oder? Das war, war das doch der Granaten. Werfe? Ich hab jetzt keine Ahnung. Schaut aus. Da. Die Dinger sind mal voll. Oh Gott. Ich bin ja noch schlechter als vorher. Ja. Der Standard bei mir, ne? Okay. Da gibt's nix mehr. Das überlebe ich nie. Null Chance. Ich geh noch schnell da drüben, das Leben holen. Wah. Käfer. Käfer. Aua. Dreckskäfer. Die im Ort. Da hüpf. Da ist sonst nix, glaube ich. Nope. Oh. So. Und da nochmal schauen. Weil ich glaub, da geht nix, ne? Na. Wow. Wie lang? Oh Gott, hier noch mehr. Na ja, haut sich nur selber weg. Ach, komm. Jetzt bleib ich mich hängen. Au, au. Ähm. Na, probier ich einfach irgendwas. Au. Ich falle noch irgendwo runter, ich schüsse. Ihr Bastard denn? Ja, der wär runtergefallen, ne? Betrug ist das. Kann ich nicht verrecken, ey. So. Abermals. Ja, das ist zum Schreien. Da geb ich dem sogar recht. Boah. Ja. Das war mit Absicht. Aber das wisst sie. Ich wollte dich gar nicht treffen, eigentlich. Ja, sicher. Ja. Ich wollte jetzt auch. Boah, ey. Boah, noch einer. Geh ein, ey. So, ist besser. Einfach auf der Maus oben bleiben. Das wär auch geholfen, Zocki. Ach so. Ja. Stimmt. Boah. Hat sich ja gerade selber weggesprengt. Hoppala. Boah. Jetzt wird gespawnt. Saubere Arbeitshockey. Einfach mal runtergefallen. Für nix und wieder nix. Na. Jetzt komme ich nicht mehr rauf. Ist auch eine Möglichkeit. Alter. Auf mit dem Schmarrn. Du Granaten-Heini. So. Was haben wir da drüben? Gute Muni. Gute Muni. Gut. Ah, da schauen wir mich auch, was wir sehen. Da komme ich hin. Mit einem Sprung. Ja. Das geht sich echt aus. Fisch. Vielleicht gibt's dann bald wieder I am two. Aber nicht in Form von Frecken, sondern in Form von, äh, was bekommen. Da. Vier und, äh, 24, 25 Leben nur noch. Das ist natürlich jetzt wieder tragisch. Scheiße. Sollte, warte, ich werde das mit einem Granatenwerfer probieren. Na, wo ist er denn? Granati? Habe ich noch Granaten? Da. Da, Holpascha. Ja. Der hat gesessen. Wer mal weiß, wie das funktionieren soll. Au, au, au. Ja. Wenn man weiß, wie das funktionieren soll, ist es ja schon fast, äh, einfach. Äh, schießt jetzt nicht mehr Hilfe. Der ist weg. Ich brauche den in das Leben. Geronimo. Oh, ja. Au, au, au. Oh Gott. Wie wische ich denn da hin? Ka. Ich habe keine Ahnung, wie den erwischen. So, jetzt habe ich nur ein Problem. Wie geht es hier weiter? Ich glaube, ich muss einfach da rüberhüpfen. Na, oder runter. Super. Super. Spitze. Ich dachte, da kann ich rüberhüpfen. Es ist zuerst zuerst. Zumal ist er wirklich. Ach ja. Und aus der Haut fahren. Ja. Ja, ja. Ist schon recht. Ist schon recht. Dreck, verdammter. Schaut euch an, was wir sind. Da auch was? Vielleicht die freilich. Magazinchen. Schlau, 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 schlau. Wirklich zocki. Toll. Super gemacht. Also lässt sich der Sacklpicker da drüben nicht erschießen. Was? Ja, wo kommst du jetzt her? Mist, Viech. Der hat erwischt mich, ne? Das ist mir echt ein Rätsel. Wie kann ich den jetzt... Ah, das... Schaff ihn zu erwischen. Hat super hingehauen. Das haut super hin. Ähm. Huch. Hat hingehauen. Ich mein ja, es haut super hin. Scheintdreck. So, ich will da rüber vielleicht. Au. Okay. Das muss sofort funktionieren. Heureka! Jawohl! Ja, das Leben brauch ich. Das hab ich ja grad vorhin super vergeudet. Die Muni nehmen wir auch gerne mit. So, wieder warten. Und Heureka! Boah, war fast zu spät, ne? Und hier nochmal dasselbe in grün. So, okay. Du kannst das! Nicht! Das gibt's ja nicht. Ach, komm. Weil es ist echt ein bisschen zu schlecht. Ich will nicht nochmal. Mann, ey. Ich will da nicht. Naja, muss ich nochmal machen, ne? Ich brauch die Leben wahrscheinlich. Mann, ist das gemein. Krieg ich nicht hin, ne? Ist wieder typisch ich. Wieder so typisch ich. Krieg ich nicht hin. Äh. Hallo, komm. Weg. Weg. Weg? Jetzt will der Weg auch nimmer. So. So, hier hat das Spiel gecrashed. Hallo? Geht ja. Heureka! So. So ein Mist, so ein Mist, so ein Dreck, so ein Dreck. Das kann es doch nicht sein. Ich will das Spiel doch nur schaffen. Mei, das wäre ja so fein. Haha, nix erwischt. Trottel, 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 trottel. Hinten ist der Arsch. Der auch. So. War doch was. Schau mal da. Patronschachtel. So, nochmal. Pistole. Alle guten Dinge sind 20. Ihr kennt es ja von mir. Alle guten Dinge sind 20. Ui. So, die nehmen wir schön brav mit. So, langsam. Jawohl. So. Schrecklich. Es tut mir leid fürs Gefehle. Es tut mir wirklich, wirklich sehr leid. Mir ärgert es gerade auch ein bisschen. Schaut, den habe ich schon erwischt. Muaha. Das war ja schon fast eine Meisterleistung. Wah. Au. Jawohl. Mhm. War ich hier? Da ist der Eingang. Okay. Dich brauchen wir nicht. Passt. Munition halt, ne? So. Ja, die wir haben. Die. Ich bleib da immer hängen. Das gibt's ja nicht. Passt. So muss es ausschauen. Oder soll. Passt. Ein Anmenschmeißer. Dann brauchen wir wieder den hier. Ja, ja. So könnt ihr es. Der Vorteil ist, wenn ihr mir zuschaut, ne? Der Vorteil für euch ist ja der. Ha, ha. Ähm. Ihr verinnerlicht das, ne? Also, bitte. Ja. Da könnt ihr gar nicht mehr fehlen, wenn ihr mir das 3-4 Mal zuschaut, da hier, ne? Ja. Das heilt sie auch nicht. Ja. Warkever. Ihr braucht Messer. Stich, 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 stich. Hüpfen. Stich, 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 stich. Ja, sicher bleib ich hängen an dem Fisch. Man kommt hier nicht vorbei. Man kann nicht hüpfen. Gar nichts. Man kommt hier nicht vorbei. So, ich geh weg. Mist Fisch. So. Jawohl. Ja. Äh, nein. Ja. Ja. Das war nicht so schlau von mir. Das war überhaupt nicht so schlau von mir. Darf ich schien überhaupt? Jetzt her, was erwischt, glaube ich. Wow. Meine Gesamtgranaten verschmissen. Ich bin zu schlau. Au. Na, bitte nicht. Jetzt bleib ich wieder hängen. Das gibt's ja nicht. Du Grab, da geh weg. Jawohl. Jetzt haben wir ihn erwischt. So ein Kackbun. Okay. Ich balle schon wieder umsonst. Wenig Leben. Ja, ja. Ja, ja. Das schaff ich jetzt wieder, ne? Das lief ja sehr super. Ja, fünf Leben. Das ist wieder ganz super gelaufen. Schaff ich ja nie. Mann, ey. Ich könnte heudeln. Echt. Ich könnte echt ein bisschen heudeln. Nur bisschen. Ich bin so schlecht bei sowas. Ich und Shooter. Ja. Nix da. Hab ich schon gedacht, glaub ich schaff's nicht. Boah. Ja. So. Hä? Achso. Rucksack, ne? Ja. Ja, da kriegt auch schon die Banik wegen mir. Tja. Das wundert mich auch gar nicht. So. Aber Mars, ich werde sterben. Ich weiß es ganz genau. Was machst du da? Ich habe keine Granaten mehr, ich Idiot. Stimmt, die habe ich ja gesammelt. Weil ich schlau, 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 schlau bin. Echt jetzt? Das hat hingekaut? Ja, wenn den erwischt. Frag mich was leichteres. Hui, 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 hui. Ja. Aber mal ist der Schlüssel. Schatz, trifft er mich echt. Ach, geh, komm. Der hintere, ne? Ich opfere das, irgendwie. Ich komme da nie mehr raus. Und der Bart ist auch schon zu Ende. Ich habe nichts geschafft. Ich habe nicht einmal den Ausgang erreicht. Ja, I am Turok. Schäme sich einfach nur... Au! Na, warte, das zeigt ja. Das ist nicht. Dreck hat's. Ja, ich spiel's, nix. Ja, ich spiel's. Ja, ja, bleib mal hängen. Das hat sonst nix zu tun. Diese Viecher machen einen wahnsinnig. Wo bist du jetzt wieder her? Unfassbar. Ah, den hab ich schon. Okay. Naja, ich brauche gar nicht aufs Land. Huch. Ich muss nicht... Ah, doch. Hier oben. Jetzt gepasst. Ah. Ist er hin? Ja. Ja. Ich meine, natürlich. Das war... Absicht. Und, explodiert er? Nö. Ach, komm. Wo ziehe ich denn hin? Ja, ja, das wäre nochmal drei Kilometer zu hoch. Das ist echt ein... Ich brauche ein Anbissier-System. Echt. Das kriege ich denn hin? Null Chance. Jetzt habe er. Jawohl. So muss das ausschauen. Natürlich verrecken wir dann. Oh, du bist so scheißlich. Ich bin... Ich bin immer zu... Zu doof dafür. Naja. Ich lasse das Leben jetzt auch gelten. Es ist eh wurscht. Oder weißt du was? Ich probiere es bis hierher zu spielen. Machen wir es so. Und dann nehme ich die nächste Runde auf, ihr Lieben. Es tut mir sehr leid fürs Failen. Aber wir haben den letzten Schlüssel hier in diesem Kapitel gefunden. Ich hoffe, ich schaffe es noch raus hier irgendwann mal. Das wäre mir sehr lieb. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumwipen. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn ich es geschafft habe, auf der anderen Seite zu sein. Von dem einen Raum davor, wo ich immer in die Tiefe stürze. Ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.